Mein Name ist Franziska Gerstmeier, ich bin 24 Jahre alt und komme aus der Gemeinde Buchdorf im Landkreis Donau-Ries. Die Landjugend kenne ich seit vielen, vielen Jahren. Ich war Ortsvorsitzende im Buchdorf, zwei Jahre Diäzesanvorsitzende der KJB Eichstätt und habe die Landjugend und ihre Arbeit in ihren verschiedensten Gremien und nächtlichen Antragsdiskussionen zu schätzen gelernt und sehr gut kennengelernt. Am 15. März sind Kommunalwahlen, auch ich stehe zur Wahl. Ich kandidiere für die Gemeinde Buchdorf in den Gemeinderat auf der Liste Junge Bürger Platz 1 und für den Kreistag Donau-Ries auf der aktiven Liste Junge Bürger Platz 9. Ich würde mir wünschen, dass in den zukünftigen Gremien, allen voran den Gemeinderat in Buchdorf, der Respekt an oberster Stelle steht, ein gutes Miteinander herrscht und eine konstruktive Arbeit für unsere Gemeinde, für meine Heimat gibt. Geht am Sonntag zur Wahl, nutzt eure Stimmen und setzt euch ein für eure Heimat.